Wir müssen uns das ja so vorstellen, wenn wir ins Fitnessstudio gehen, dann wollen wir ja eine Strandfigur erreichen. Das hat ja das Pferd nicht. Das Pferd steht ja nicht in der Box und schaut nach hinten irgendwann am 5. März und sagt, so kann ich gar nicht raus später. Also das Pferd hat ja gar nicht solche Vorstellungen, sondern das Pferd lebt, frisst, hat seine Sozialkontakte, hat seine Grundbedürfnisse und sobald wir das anstrengen und Equikinetik ist ein sehr anstrengendes Training und wenn Muskulatur zu brennen anfängt, dann ist es für das Pferd ja gibt es keinen Grund, das gewähren zu lassen. Das heißt, im Prinzip konditionieren wir die Pferde auf den Timer. Das heißt, die spüren jetzt fängt es zum Brennen an, aber sie wissen auch, das sind nur circa 10 Sekunden und dann piepst es wieder. Bing, bing, bing. Dann gibt es Pause.